Ich sortiere alles nur ein Okay, okay So, dann ist eine oberste Priorität das feine Save in Riker Wenn du, wenn wir anderen sterben können, lass uns sterben Eine muss einfach im Leben bleiben So, ich bin hier drinnen oben Wir haben Broadsword Einhand Cursed, passt auf den Einhand Cursed auf Ich geh auf die Armbrust Armbrust Bombe auf Luxi Weiter auf die Armbrust Hier in Highlights gesilenced Ich schieß den nach hinten Hier die Armbrust im Eisbock Den Cursed, den Cursed Den Cursed Cursed down Armbrust Mach den Highlight Du Highlight Die Armbrust jetzt Chloe 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 Änderns Den Tank noch machen Richtig Armbrust jetzt gleich Ich hab nichts Ich fling, glaub ich fling, fling Ich looten Cap'n Cap'n bitte Keine Dann kann ich euch freuen Alle Brücken gleich Ich spring gleich rauf Die Stacken Die Stacken hart Windwall ist drin Deren Klenz ist schon raus Deren Klenz ist schon raus Healer, Fling No, dann brauche ich gar nicht der Healer Healer ist gesilenced Healer ist gesilenced Danach Kraser Kraser Feel the pain gleich wird aus dem Eisbock Kraser jetzt erstmal Hier die beiden Auch zu rechts im Fack Geht jetzt hier rechts im Fack Da 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 Weihren wir auch noch Fling, Fling, Fling Ja, Fling gibt's gleich Zwei Sekunden Fling Wolltest du hinlaufen Digga Weiß ich auch nicht Da 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 Marco, vielleicht mit Sprint schon gehen? Ne, 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 nicht direkt transprinden, alles entspannt. Guck mal, alle. Ganz mal raufrennen. So, ich silenced einer mit den Healer. Healer ist gesilenced. Healer hat ihn cleansed, Settort Healer mit nem... Bin Invis. So, Healer kommt jetzt. Bau hier auf Waden. Healer, Healer, Healer. Leg weiter auf dem Healer. Healer down. Crossbow. Ist das einer das Schwert? Jupp. Zurück auf dem Crossbow. Okay, ist schon dort. Die wollen aber auch abgeschlachtet werden, oder? Die wollen richtig dicke reinfliegen. Bling! Das ist richtig... Die Kerle-Methode hier. Push, push, push! Vielleicht ist deren Taktik, äh, sie wollen uns überladen. Damit wir nicht mehr gescheit fighten können. Genau. Aber bei denen trasht doch echt alles, oder? Ich hab das Gear an. Nein! Okay. So, sind wir hier. Alles gut. Oh, hier ist mein Gear! Jo, ist pacified. Sick.